Willkommen bei Ihrer bester Wahl. In diesem Video besprechen wir den Beste Gartenschläuche. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Beste Gartenschläuche, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 Kommatera Wasserschlauch Hobby Premium. Im Gefühl eines zeitgemäßen Layouts ist ein spezieller Stil mit Performance und Komfort Designs wirklich sehr gepaart mit Leistungsfähigkeit und auch Komfort Designs. Das Ergebnis der Teamarbeit zwischen den Ingenieuren sowie die Aufgabenaufträge sind sowohl auf die Anforderungen als auch auf die Annahmen, dass Einzelpersonen benötigt werden, einwandfrei angepasst werden. Zellfast-Artikel wurden tatsächlich auf Basis zahlreicher Untersuchungen, Kundenuntersuchungen und auch Kundenverhaltensverfolgung entwickelt und damit den größtmöglichen Funktionskomfort gewährleisten. Umzug auf Nummer 4, Zerawasserschlauch Hobby Premium. Das Zellfast-Team gehört zu den führenden polnischen Kunststoff-Rainerien und ist auch ein bedeutender Anbieter von Rohren, Yardgeräten, nahtlosen Dachrinnen sowie Dachverkleidungen. Das Unternehmen wird zu 100% aus polnischen Mitteln finanziert. Nach Zellfast-Verständnis ist Layout eine Mischung aus modernem Textil und unterschiedlichen Optionen, was für die Kunden eine völlig neue hohe Qualität impliziert. Dadurch wird gleichzeitig die weltweite Wiedererkennbarkeit des Markennamens Zellfast erhöht. Auf Platz 3, Tilvex Flexi-Schlauch Flexible Gartenschlauch. Der Flexi-Hose von Tilvex gehört zu den modernsten anpassungsfähigen Hofrohren. Es erreicht so viel wie dreimal die Größe und ist auch wirklich anpassungsfähig. Gleichzeitig ist es sowohl funktional als auch geeignet, zum Beispiel für die Hofbewässerung, neben der Reinigung von Outdoor-Autos, zum Auffüllen des Hoffischteichs und sogar für die Hausfensterreinigung. Dank des Nylon-Produkts kann das Rohr ebenfalls bequem gereinigt werden. Es werden keine noch umfassenderen Angaben zum Produkt gemacht, so dass wir die hohe Qualität des Produkts nicht annähernd annähern können. Umzug auf Nummer 2, Pove Plus Spiral Gartenschlauch 15M mit Sprühpistole. Pove Plus Spiral Hofrohr 15M mit Spritzpistole. Starkes Yardroh mit schnellen Links sowie Adapter für 1-2 Zoll sowie 3-8 Zoll. Verabschieden Sie sich von verschwerendem Rollen, weil sich die Röhre wieder einmal miteinander abzieht. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, Gardner 0802320 Schlauchbox Comfort. Die Gardner 0802320 Röhrenbox Convenience ist eine komplette Sammlung mit einem Gardner Yardro Timeless, einem Schlauchrohrkasten mit automatischem Fitter, einer kontinuierlich flexiblen Spritze, zusammen mit 3 Wasserhirnen, einem Rohstück sowie einem Wasseraustritt. Nun geben wir in das Produkt der Gardner Timeless Hofrohrbestand aus in der Sammlung. Die Produkte, die verwendet werden, sind verantwortlich für die Belastbarkeit zusammen mit der Sicherheit im Umgang mit dem Rohr. Gardner konzentriert sich daher auf hohe Qualität und nimmt ein günstiges Schadstoffgleichgewicht zur Kenntnis. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.